ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folgenden mit mir der wettel video im kanal mit mir sofort er gleich account nummer eins alter wie lange das dauert bis den posteingang geöffnet habe das ist unfassbar wo wir uns mal hier die belohner ihr habt eben gerade eventuell gesehen wer es nicht gesehen kann es noch mal kurz angucken hier platz 101 kurz vorm klo in die haus gemacht ja das ist das tablet aber was machen da oben hier 9 11 als gem zahlen da musst du jetzt was gutes hierbei raus kommen da unten es kommt auf jetzt also jetzt hier nein nein der braucht fünf minuten und da rein zu gehen alter 1 2 3 4 ist das so nicht normal also in den shop rein wieso das ist das dauert doch ewig das macht es dauert alles ewig das macht keinen unterschied so hip hop sale box ich will ich will den haben der ist so mega der ist so mega 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 bitte 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 kommt kommt einfach glück wünschen und jetzt auf geht's ich will diesen ich will den haben das ist so eine geile karte das wird nichts das sehe ich jetzt schon das wird überhaupt eugene belcher ja gleich also du musst mal 100 euro eugene belcher wie schön ich bin begeistert also ein eugene welcher den habe ich mir so echt sowas von gewünscht naja gut da oben da haben wir jetzt noch einen golden turd ja super aber jetzt jetzt pass auf hier jetzt pass auf hier ist hier super phänomenale pakete da kommt jetzt der hammer raus da kommt und karaokakan wow und karaokakan ja geilo mcbargerton und hermes und pre-school grad stewey komm auf du bist der nächste ach so ich bin trau ich bin trau ich bin trau ich bin traurig ja ich bin hellauf begeistert aber täglich habe ich schon immer drei pakete jetzt gekauft ja aber du siehst ja jetzt bekomme ich dass die belohnung aber zwei ledges kriege ich hier noch raus ich mach die erste auf den ersten liegestütze und was kommt jetzt noch rein das ding hier und roger gucken die riesige mega aus wollte jetzt hier die riesige ausbeute let's go wir haben die beste ausbeute seit dem jahr 900 irgendwas echt enttäuschend ich hätte so gerne hätte stehen gehabt ja genau bemitleide mich mal mit leiden mich mal so ein bild rausgenommen ja das ist ja guck mal single fuse was soll ich denn mit dem machen 13 24 das lohnt sich ja bei mir hier bei eugene belger gucken wir mal den kann ich jetzt aber wenigstens mal so da ist auch nicht viel besser der eugene belger gebe ich ganz ehrlich zu da ist sogar die dort der weiß besser gewesen dort weiß dort so aber den habe ich jetzt zumindest auch schon mal gut das hat sich schon mal gelohnt also gut das hat sich schon mal gelohnt ist geil so und dann gucken wir mal asenkostüm holographic washington der irak lobster ja und liegestütze aber jetzt auch nicht wirklich viel und da hinten ist noch ein roger den habe ich aber sowieso schon quad fused ja also das hat sich jetzt mega gelohnt bis dann und tschüss you you Untertitelung. BR 2018